Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2, wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es wieder den lieben Xur, der ist auf der ETZ dieses Mal, das heißt auf der Erde, bei der gewundenen Bucht hier, wo ich gerade stehe, da wo er immer steht, wenn er auf der Erde ist. Wir schauen uns an, was er dabei hat und natürlich wie immer eine kleine Erklärung meiner Meinung zu den einzelnen Exos, zu der Waffe, jo meine Eindrücke, das gab in der Vergangenheit immer wieder ein paar positive Kommentare, dass das ganz angenehm sei, deswegen fühlen wir das natürlich auch fort. Gut, ihr könnt hier durch die Höhle, ganz hoch und hier oben habt ihr dann noch ein paar Feinde, die man überhaupt machen kann und dann steht der liebe Xur hier. Gut, dabei hat er wie immer ein exotisches Enger, das machen wir am Ende dann noch auf. Dann die Zebrus, ist ein sehr spezielles Automatikgewehr, das sieht man auch direkt schon, es hat mehrere Läufe, es schießt nämlich nicht nur eine Kugel raus, sondern mehrere. Es ist im Prinzip ein Automatikgewehr, das ein bisschen wie eine Schrotflinte schießt, also so streutechnisch, es ist überhaupt nicht präzise auf Distanz. Aber im Nahkampf haut es dementsprechend viel Schaden raus. PvP gibt es sehr wenige, die damit spielen, hat ja seine Gründe, es macht aber Spaß im PvP damit zu spielen, also einfach mal da auf einen Feind, der in der Nähe steht, drauf zu hämmern und der geht relativ schnell da und ist ganz witzig. Grundsätzlich für PvE eher zu gebrauchen, da wird es auch eher weniger gespielt, weil der Exoslot wird gerne mal mit einer Powerwaffe belegt. Nichtsdestotrotz macht es sich Spaß im PvE, weil es sich gerade im Nahkampf sehr, sehr gut Schaden raushaut. Gut, das lasse ich mal so stehen, ist derzeit keine Must-Have-Waffe. Ja, dann die Glückshose für die Jäger. Hier haben wir präzise Treffer, laden eine Kugel, in die Kammer weggesteckte Handfeuerwaffen, Handfeuerwaffen sind schnell breit und akkurater, direkt nachdem du sie ausgewählt hast. Ist für PvP oder PvE, ja, es gibt nicht viele Leute, die da mitspielen. Es gibt sicher interessante Kombinationsmöglichkeiten, die man machen kann, aber grundsätzlich eigentlich nicht wahnsinnig nennenswert. Es ist kein Must-Have-Exo, von daher kann man auch gut weglassen. Herz des innersten Lichts ist sehr interessant, denn wenn wir Granate, Nahkampf oder Barriere einsetzen, stärkt es die jeweilig anderen Fähigkeiten. Wenn wir also eine Granate werfen, dann wird Nahkampf und Barriere schneller aufgeladen und die Barriere kann dann mehr Treffer einstecken, mehr Schaden für Granaten oder Nahkampf, wenn wir die Barriere zum Beispiel stellen. Hier haben wir eine sehr, sehr interessante Exo für den Titan. Im PvP, ja, durchaus interessant, weil wir natürlich viel, viel schneller unsere Fähigkeiten ready haben, da kann man das ganze Setup darauf ausrichten. PvE fand ich auch wahnsinnig interessant, man kann da mit Doppelgranate arbeiten, das ganze noch schneller aufladen lassen, dann über den Argus-Skill-Tree mit, ja, eben dieser Exo. Ich würde sie definitiv mal holen als Titan, ausprobieren und ihr werdet merken, okay, die Aufladerate ist immens viel höher, da kann man ganz tolle Setups bauen für PvE. Dann Fellwinters Helm, für die Warlocks haben wir hier Argus, Solau und leere Nahkampf-Kills erzeugen einen Energiestoß, der Feinde in der Nähe schwächt. Finisher und Kills gegen mächtige Feinde vergrößern den Radius des Stoßes und verlängern den schwächenden Effekt. Klingt ganz cool, also für PvP grundsätzlich eher weniger zu gebrauchen, weil da geht es um Nahkampf, macht nicht so viel Sinn, diese Fähigkeit mit anderen Feinden noch im PvP zu teilen. Trotzdem, PvE ist es eine coole Idee, die Umsetzung, ja, es geht so. Also es gibt da sicher auch interessante Kombinationsmöglichkeiten, wo man sagt, okay, wir gucken, dass der Nahkampf immer wieder super schnell aufgeladen wird, damit wir hier diese Exo super ausspielen können. Aber grundsätzlich ist es nicht ein Must-Have-Gegenstand. Es gibt wirklich bessere. Ich würde die zwei, also die Glückshose und Fellwinters Helm, würde ich wirklich nur für die Sammlung holen. Herz des Innersten Lichts, würde ich fast schon sagen, ist ein mega guter Gegenstand, würde ich einfach definitiv mal holen. Gesamtwert hier haben wir 62, hier 64, hier 61 und dann machen wir noch das exotische Engram auf und dann wäre es das auch schon von dem lieben Xur gewesen. Gut, Feindfinder war mal ein sehr guter Helm. Mit einem Gesamtwert von 59 lassen wir den einfach mal wieder verschwinden. Und dann war es das auch schon von dem lieben Xur. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like da, um mich in das Video zu unterstützen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gedroppt gekriegt habt, auch für den Algorithmus. Man kennt ja, wie es auf YouTube funktioniert. Und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann!